Alex ist froh, dass es einem Klienten, dem Alex einen Job vermittelt hat, erstaunlich gut geht in einer neuen Arbeit. Der Klient hat den Job nun schon seit zwei Monaten. Doch Alex macht sich Sorgen, dass der Klient mit dem selbstverdienten Geld ein wenig unkontrolliert umgehen wird und sich wichtige Ausgaben, die er hat, dann nicht mehr leisten wird können. Dies ist also ein nächster Schritt bei der Unterstützung von Alex' Klienten auf dessen Weg in die Beschäftigung und Selbstständigkeit, mit dem sich Alex nun beschäftigen muss. Alex möchte ihn in die Haushaltsführung einführen, ist sich aber nicht sicher, wie das am besten gehen soll. Ob auch dabei digitale Tools unterstützen können? Budgetierung ist eine wichtige Fähigkeit für alle von uns. Mit einem Budget oder einem Finanzplan können Sie sicherstellen, dass auch Klientinnen wissen, wie viel Geld Sie für Ausgaben wie Miete, Lebensmittel und Reisen benötigen und wie viel Geld Sie ersparen oder für andere Dinge ausgeben können. Wenn man nicht in der Lage ist, die eigenen Ausgaben planen zu können, kann man sich schnell verschulden. Für Klientinnen, die gerade die erste Stelle angetreten haben und den ersten eigenen Gehaltscheck erhalten, sollte die Budgetierung vom ersten Tag an in die Praxis integriert werden. Indem Sie Ihren Klienten helfen oder Ihnen die Mittel in die Hand geben, um ein Budget zu erstellen und einzuhalten, können Sie sicherstellen, dass diese nicht so viel Geld ausgeben, dass Sie sparen können und dass Sie in der Lage sind, alle kurz- und langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen. Um ein Budget zu erstellen, müssen also einige wichtige Informationen bekannt sein. Der Klient oder die Klientin muss nicht nur wissen, wie hoch das Einkommen ist und welche Abzüge es gibt, sondern er bzw. sie muss auch die eigenen Ausgaben und die tatsächlichen Kosten für bestimmte Dinge wie Lebensmittel oder Transport kennen und verstehen. Als Teil des Unterstützungsnetzwerkes müssen Sie vielleicht mit anderen zusammenarbeiten, die Ihre KlientInnen unterstützen, einschließlich deren Eltern, um Ihnen zu helfen, die gesamten Ausgaben zu kennen. Es gibt eine Reihe von digitalen Hilfsmitteln, die Ihren KlientInnen bei dieser Budgetierung helfen können. Es gibt verschiedene Vorlagen, die in einer Tabellenkalkulation verwendet werden können, sowie App-basierte Tools sowohl für Android als auch für Apple-Geräte. Es ist wichtig, daran zu denken, dass die Aufstellung eines Budgets keine einmalige Angelegenheit ist. Sobald das Budget festgelegt ist und für Ihre KlientInnen funktioniert, legen Sie Termine mit Ihnen fest, an denen Sie Ihr Budget nach drei oder sechs Monaten überprüfen, bearbeiten und überarbeiten können. Es ist wichtig, dass die KlientInnen Ihre Budgetkontrollen wiederholen und gegebenenfalls überarbeiten, wenn sich deren Situation ändert. Alex weiß, die Budgetierung ist ein wichtiger Teil der Nachsorge für KlientInnen. Alex hat den Klienten dabei unterstützt, eine Arbeit zu finden, die ihm Spaß macht. Während Alex weiterhin ein Auge darauf hat, dass er seine Arbeit behält, ist es von entscheidender Bedeutung, ihn auch dabei zu unterstützen, sein Leben zu leben. Indem Alex ein anfängliches Budget aufstellt und ihm hilft, seine Ausgaben zu verstehen, vermittelt Alex ihm eine gute Praxis. Zudem stellt Alex sicher, dass der Klient sein Budget regelmäßig oder bei Veränderungen in seinem Leben überprüft und überarbeitet. Dadurch hilft ihm Alex, auf andere Aspekte seines Lebens vor der Reihe vonDI Harmony zu sein.